This could be us, so back to what I was saying This could be us Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Testing Out Video Ich habe gerade Kasa gefunden, den neuen Monatshelden Leider nicht, leider nicht voll mit Wappen oder Limit Broken Dennoch, ja, wurde er in die Verteidigung gestellt Der ist gerade 1 global 2 Sporthelden mit Krampus, Krampus und Kava also Das ist auch der erste gelbe Held, der spotten kann Ja, gucken wir uns mal den Helden genau an Wir können uns das hier erstmal durchlesen Ich habe jetzt auf Deutsch gestellt Ja, der Wirker erhält für spotten, was 4 Züge lang verhindert, dass die Gegner Spezialfähigkeiten bei den Verbündeten des Wirkers einsetzen können Das ist ziemlich klar Sport halt Dann, der Wirker erhält 74% Verteidigung gegen Spezialattacken für 4 Züge Das ist ja schon mal gut Ist vergleichbar mit Ludwig Ludwig bekommt glaube ich 84% Für 6 Züge ist aber langsam Das können wir uns gleich nochmal angucken Ich bin mir nicht ganz sicher Ich glaube das ist so Alle Verbündeten mit Ausnahme des Wirkers erhalten 34% Angriffe für 4 Züge Das ist ja schon mal geil Und dann nochmal Die Elementare Verbindung gewährt allen Licht verbündeten 10% Verteidigung für 4 Züge Dieser Effekt kann nicht gebannt werden Okay Das ist schon mal stark Dafür, dass er mittelschnell ist Das ist schon nicht so verkehrt Paladin Klasse, ne Ist natürlich top Als Tank Dann seine passive Fähigkeit Der Charakter hat die angebosene Fähigkeit Status Effekten zu widerstehen Die die Verteidigung beeinträchtigen Gilt auch für Status Effekte Die die Elementar Verteidigung beeinträchtigen Ja, das ist schon mal Sehr krass, ne Wenn du nicht mal Deathdown auf ihn machen kannst Dann hast du schon mal Ein Problem Wir gucken uns den gleich mal mit vollen Stats an Wie gesagt, der ist ja nur auf Level 40 Ähm, und dann noch seine passive Fähigkeit Dieser Charakter erhält jedes Mal 10% Mana Wenn ein Bonus von ihm entfernt wird Also jedes Mal, wenn du sein Spotten Displayst Hat er schon mal 10% Mana mehr 74% Verteidigung Ist der nächste Buff Der dann gekleamt wird Das sind schon mal 20%, wenn ich das richtig verstehe Alter Okay, 20% Mana Minimum Die er jedes Mal bekommt Wenn du ihn displayst Okay Ähm Ja Dann gehen wir mal rein Würde ich sagen Und gucken uns das an Ich hab jetzt extra das Team anders gestellt Mit zwei Dispailern, damit wir das genau sehen können Und mit dem weißen Hasen Deathdown Darf ja nicht funktionieren Alles nur zur Demonstration Nichts anderes Das ist nicht, weil ich hier unbedingt gewinnen muss Oder irgendwas Ja Das sieht schon mal nicht so toll aus Wir versuchen ihn dann gleich auszulösen zu lassen Ich will jetzt erstmal versuchen, meine Helden Ready zu bekommen So Dann kann ich hier nochmal rein spielen Jetzt hab ich natürlich ein kleines Problemchen Denn ich habe keine Steine mehr Okay Das machen wir so Oh, sehr viel Grün Milena, halt nur Das ist in Ordnung Ist nicht so schlimm So, da haben wir Lila schon Ach, shit Hat sich wieder versetzt Okay So sieht also schon mal die Spezialattacke aus Gegen Spezialattacke, okay So Freak löst jetzt aus Das heißt, mein Cage wird jetzt sterben Also benutzen wir ihn auch jetzt Wir gucken mal jetzt Müsste er ja 20% Mana Ja 20% Mana müsste er jetzt wiederbekommen Weil wir spotten Das Spell Äh Entfernt Boni vom Ziel Ja Mal gucken Ja, beides weg Also das waren 20% Mana Genau Wir haben 2 Boni entfernt 20% Alles klar Wir spielen nochmal rein Ja Freak tötet jetzt alle Ja Scheiße Das ist schon mal nicht so Toll gelaufen Aber wir gehen da jetzt gleich nochmal rein Ach, shit Ja, okay Er ist nicht gemaxen Und hat keine Wappen Alles klar Nochmal raus Ah, nee Shit Ja, nochmal rausgehen Komm her Hätte ich das noch gewonnen Nur mal so für mich eben kurz Xampus löst aus Ich hab nichts mehr zum Disbellen Ja, wer weiß Naja, ist ja auch egal So Revanche Und der ist schon Der ist schon ganz Ganz auf sein Näschen geflogen Also wir spielen jetzt hier nochmal rein Alles klar Ich hoffe jetzt Die lila Reihe Killt den nicht Vielleicht finde ich auch noch auf dem Weg Nach oben Gleich einen Der Schon limit broken Und mit vollen Wappen ist Aber Vorerst halt Nehme ich das hier auf Damit ihr sehen könnt Was so passiert Aber Ja, er wird jetzt natürlich wieder sterben Das ist doof Ach, Mann, ey Jetzt muss ich in Krampus reinspielen Ich lasse ihn auslösen Wir gucken uns nochmal seine Spezialattacke an So, alle haben Attack ab 34% Hat nochmal 10% Verteidigung mehr, ne Das sind hier in dem Fall 82 So Ich kann heilen Ich kriege wieder kein lila zusammen So wie es scheint Okay Ach, Mann, du, ey So, okay Alles klar Dann spielen wir halt hier weiter So, jetzt haben wir auch lila ready Ja, was natürlich blöd ist, ne Und auch klar war Ist, dass Krampus Seine Attack ab Natürlich Aufhebt, ne Das deckt nicht Ja, ist tot Also Scheiße Das ist halt doof Ich kann da nicht wirklich Sein testen Dann gehe ich hier nochmal raus Gucken wir uns das nochmal an Einmal Okay Also wenn ich nicht gerade lila in den rein spiele, ne Dann hält der Kleiner noch was aus Aber da ist ja noch sehr viel Potenzial, ne Das dürft ihr nicht vergessen So, jetzt kann ich das mal demonstrieren Also Verteidigung runter Darf nicht funktionieren So, hat es auch nicht Hat keine Verteidigung down Das ist schon mal Das ist schon mal was Das ist schon mal recht gut Das muss ich ja mal sagen Ein Tank, wo du nicht die Verteidigung runtersetzen kannst Ist Sehr stark Ich weiß nicht, ob er sich durchsetzen kann Gegen die ganzen Season 4 Helden Und Und Clash of Nights Aber Das ist schon eine starke Sache Also wer den bekommt Ähm Ich würde ihn leveln Und auch aufsteigen lassen So Jetzt kann ich dann nochmal gucken Ob der das überlebt Die 3er Reihe 195 Leben Jupp Hat er überlebt 40 Leben hat er noch Okay Ja, dann wird er jetzt nochmal auslösen Oder Milena wird auslösen Und mein ganzes Team zacken Das kann auch passieren So, Xampus Hat zuerst ausgelöst Und jetzt müsste Der Attack Buff Überschrieben worden sein Jetzt müssen die alle 34% Angriff haben Äh? Alle Verbindeten erhalten 50% Angriff für 3 Züge Alle Verbindeten Mit Ausnahme Das Ja Okay 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 Mit Ausnahme des Wirkers Seht ihr Alle Verbindeten Mit Ausnahme des Wirkers Erhalten 34% Angriff Okay Er hat die 50 Er hat die 50 Behalten Weil die nicht Überschrieben werden Kann Und alle anderen Das steht fest Das steht fest Ansonsten Ja Danke fürs Zuschauen Vergesst nicht zu liken Und subscriben Und bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.